Was ist die Gleichgewichtszustand? Heute die wichtigsten noch gültigen Erkenntnisse bestehen darin, dass in solchen Situationen häufig ein Gleichgewichtszustand erreicht werden kann. Was meint man damit? Ein Gleichgewicht sieht so aus, dass jemand keinen Anreiz mehr hat, etwas anderes zu tun, gegeben, was er gemacht hat und auch gegeben, was der andere tut. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus der Politik illustrieren. In zwei Parteiensystemen wie in den USA oder auch in Großbritannien vornehmlich ist es häufig so, dass diese Parteien sich exakt in der Mitte des politischen Spektrums positionieren. Von dieser Mitte abzuweichen wäre ein Verlust und man würde dabei verlieren, nämlich Stimmen an den Gegner. Das ist also das, was ein Spieltheoretiker als Gleichgewichtssituation bezeichnen würde. Davon abzuweichen wäre unklug und hätte dann Verhaltensveränderungen zur Folge. Was betrifft die Spieltheorie? Also die Spieltheorie betrifft faktisch alle Bereiche des menschlichen, aber auch des tierischen Lebens, wo es darum geht, der eine kann den anderen beeinflussen. Das betrifft nicht nur Menschen. Wir haben über Beispiele im Wirtschaftsleben, im politischen Leben gesprochen. Das betrifft auch Tiere, wenn es um die Entwicklung von Populationen geht, wo Tiere gejagt werden von ihren natürlichen Feinden oder sich auch selber wiederum weiter vermehren. Das heißt, hier kann man beispielsweise in der theoretischen Biologie gut analysieren, wie sich solche Populationen entwickeln. Es kommt daher, dass die bedeutendsten Spieltheoretiker einfach die Grundlagen legen zur Analyse von ganz, ganz vielen Phänomenen, die im Wirtschaftsbereich ganz wichtig sind. Da geht es also nicht nur um diese zuallererst verteilten Spieltheorie-Nobelpreise an Reinhard Selten, John Nash oder John Hasani, sondern da geht es auch um die Nobelpreise, die später kamen zur Analyse von Situationen, wo Informationsasymmetrie vorherrscht, wo eine Partei mehr weiß als die andere Partei, was häufig Schwierigkeiten verursacht. Die reinen Theoretiker forschen nach wie vor, um mit noch besseren Methoden, noch verfeinerteren Gleichgewichtskonzepten immer komplexere Phänomene verstehen und analysieren zu können. Das ist praktisch der theoretische Arm, wo einfach Grundlagenforschung uns ein besseres theoretisches Verständnis schaffen wird. Gleichzeitig ist die Spieltheorie heute auch in der eher angewandten Forschung, das, was wir Verhaltensökonomen machen, ein wichtiges Grundlagenkonzept, um Hypothesen generieren zu können, um Vorstellungen zu haben, wie könnte Verhalten tatsächlich aussehen, gegeben bestimmte Annahmen über Rationalität und über Nutzen. Die klassischen Annahmen von vollständiger Rationalität greifen in vielen Fällen zu kurz, das weiß man heute. Zwei Dinge dazu. Erstens, es ist häufig für die Analyse von strategischer Interaktion einfach hilfreich, wenn man diese Annahme setzt, um bessere Vorhersagen treffen zu können. Die haben allerdings die Beschränkung, dass sie Rationalität voraussetzen. Reinhard Selten beispielsweise, der einzige aktuelle deutsche Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften, hat auch Konzepte entwickelt von dem, was man nennt eingeschränkte Rationalität. Also das bedeutet, dass Menschen nicht in jeder Lage ihres Lebens optimieren wollen, den Nutzen maximieren wollen, auch ihre Auszahlung maximieren wollen, sondern beispielsweise mit einem bestimmten Niveau an Befriedigung, an Zufriedenheit, sich zufriedengeben und damit eben nicht ganz klassisch optimieren bis zum letzten Jota. Zentral besteht Übereinstimmung darüber, dass Menschen auf Anreize reagieren. Das kann Geld sein, ja. Also wenn wir beispielsweise unsere Ausbildung abschließen, um bessere Berufsaufstiegschancen zu haben, um dann auch einen guten Lebensstandard führen zu können, dann ist das ein Anreiz beispielsweise, um auch die Mühen einer Ausbildung mal durchzuhalten. Das muss aber nicht nur Geld sein. Ja, stellen Sie sich vor, in einem Unternehmen, da ist es unter Umständen für Sie genauso wichtig, dass Sie angenehme Mitarbeiter haben, dass Sie vielleicht irgendwie ein schönes Büro haben, das eben nicht irgendwie auf das nächste Industriegebäude schaut, sondern wo Sie einen schönen Park vor sich beispielsweise haben, wie den Englischen Garten in München. Das sind Dinge, wo nicht monetäre Komponenten sehr, sehr bedeutsam insgesamt werden. Was dabei auch eine große Rolle spielt, sind Überlegungen nicht nur für ihren eigenen Bedarf, ihr eigenes Geld, ihre eigene Situation, sondern beispielsweise auch Fairness- und Gerechtigkeitsüberlegungen. Die Finanzkrise der Börsencrash ist ein dermaßen komplexes Phänomen, von so vielen einzelnen Punkten getrieben, dass ich im Moment nicht absehe, dass man das Spiel theoretisch lückenlos und befriedigend erklären kann. Klar scheint Folgendes zu sein, dass im Rahmen dieser finanziellen Probleme Anreize eine große Rolle gespielt haben. Und das führt uns darauf zurück, dass Menschen auf Anreize reagieren. Sehen Sie, wenn Sie beispielsweise im Finanzsektor Entlohnungen danach haben, dass die, die besonders hohe Risiken nehmen, die besten Chancen haben, die allergrößten Bonuszahlungen zu bekommen, dann ist die Konsequenz eine ganz einfache. Sie werden diese Risiken nehmen, solange sie nämlich, wenn die Risiken schiefgehen, nicht selber damit ein Problem bekommen. Und das führt dazu, dass wir hier ein institutionelles Problem deswegen haben, weil Anreize geschaffen worden sind, die extrem hohe Risiken eingehen, aber gleichzeitig Kontrollmechanismen zum Teil versagt haben. Das kann man schon spieltheoretisch modellieren, dass man sagt, die haben Kontrollinstanzen und die handelnden Akteure nicht optimal aufeinander reagiert. Aber da muss man dann auch die Regeln ändern. Ja. Ein Großteil der Menschen verhält sich konditional kooperativ und geht nicht auf den Konflikt. Was heißt konditional kooperativ? Das heißt nichts anderes wie, dass ich gewillt bin, mich kooperativ zu verhalten und nicht nur auf meinen eigenen Nutzen zu schauen, wenn ich erwarte, dass Sie das auch tun, beziehungsweise wenn ich schon erfahren habe, dass Sie das auch tun. Das heißt nichts anderes wie, dass Menschen hier häufig nach einem Motto wie du mir, so ich dir handeln. Und dieses wie du mir, so ich dir kann auch eben auf die Erwartung sich beziehen, in dem Sinne, dass ich glaube, Sie sind jemand, der aussieht wie jemand, der kooperiert, der arbeitet in einer Art und Weise, wo ich glaube, dass Sie nur mit Kooperation zustande kommen. Und so lassen sich Konflikte natürlich vielfach vermeiden. Was wir dabei allerdings sehen natürlich, ist, dass hier Erwartungen eine ganz, ganz große Rolle spielen insgesamt. Heißt Erwartungen darüber, was ich glaube, was andere Menschen tun werden. Das kann beispielsweise in einem interkulturellen Kontext sehr schwierig sein. Ja, wenn Sie beispielsweise überhaupt keine Vorstellung darüber haben, wie sich Menschen aus anderen Kulturen in bestimmten Situationen verhalten, dann wird man vorsichtiger beispielsweise. Das kann man auch in experimentellen Studien, die wir gemacht haben, zum Teil zeigen, dass hier, wenn Unklarheit darüber besteht, was für Normen jemand anderer im sozialen Zusammenleben verwendet, dass dann die Leute eher auf sich selber schauen. Ja, vorsichtiger werden, im Vertrauensvorschuss vorsichtiger werden, Kooperation tatsächlich zu leben. Es gibt im gesellschaftlichen, menschlichen Zusammenleben so komplexe Phänomene, dass Sie sie häufig nicht mehr eindeutig analysieren können mit spieltheoretischen Modellen. Die Finanzkrise ist ein gutes Beispiel. Hier können Sie einzelne Aspekte natürlich durch Anreize, durch kausale Wirkungsketten versuchen zu erklären, aber die Gesamtheit übersteigt ein Komplexitätsmaß, das man noch sinnvoll damit analysieren kann, ohne einfach zu sehr zu vereinfachen. Was bedeutet, dass wir hier weiter verfeinerte theoretische Modelle brauchen, um bessere Zusammenhänge analysieren zu können. Wir brauchen auch ein besseres Verständnis, was hat denn was bewirkt. Hier, glaube ich, wird die Aufarbeitung der Krise auch wissenschaftlich große Fortschritte bringen, weil man besser verstehen wird, warum denn das eine zum anderen geführt hat. Und so findet ja auch tatsächlich Fortschritte in den Wissenschaften statt, dass man aus Problemen, die man erkannt hat, wo Methoden nicht ausreichend waren, dann eben bessere Methoden findet. Ich glaube, dass die Spieltheorie dazu hilft, wenn man die Anreize richtig kennt und tief genug gegraben hat, die Konflikte besser zu verstehen und häufig im Nachhinein dann auch zu erkennen, warum etwas in der einen und nicht in der anderen Richtung gelaufen ist. Ich bin etwas weniger optimistisch, dass die Spieltheorie allein uns dazu helfen wird, Konflikte in der Zukunft zu vermeiden. Da wäre ich ein Fan davon, dass wir möglichst viele Instrumente verwenden, also nicht nur theoretische Konzepte, sondern auch Sozialverhalten. Da brauchen wir Psychologen, da brauchen wir Soziologen, da brauchen wir Politologen, um beispielsweise internationale Konflikte besser verstehen und auch vielleicht verhindern zu können. Und da geht es nicht nur mit theoretischer Forschung alleine. Die Theorie kann im Nachhinein, wenn Sie die Anreize kennen, wenn Sie wissen, was beispielsweise in einem Ukraine-Konflikt die wirklich wichtigen Motive waren, war es Geld, war es Land, war es der Platz im Geschichtsbuch, war es die innenpolitische Zustimmung der Bevölkerung, wenn Sie das erkennen und auch gewichten können, welche Motive wichtig sind, dann können spieltheoretische Analysen dazu helfen, den Konflikt besser zu verstehen. Das glaube ich sicher. Ich bin weniger optimistisch, dass das auch für die Zukunft Sie zu verhindern hilft.